wenn ich mal überlegt wie ich die letzten male gestorben bin immer beim ein- und ausloggen ja rausgeflogen und dann wieder beim einloggen oder weil es halt gestoppt hat wie gerade ganz viele autos schon gefunden wird er heute dass viele staubwolken von unserem er wird damit angeschissen also hier geht's glaube ich nicht nach rechts oder alter schwarze farbe wie geil ist das ich pein oder war doch gehört man muss ja glaube ich durch pein christian mit ich durch damit man auf der hauptstraße bleibt heute mit einem auto rausschieben kann ja und gas gibt es hier gibt es gas stand anders an links zumindest wenn dort ist abgefallen natürlich weil ihr gar nicht können ich habe ja noch vier fünf stück nur gemacht von daher ja das auto hier wüsste ich das hier immer vorm auto die ganzen staubwolken auf ja ich dachte jetzt auch was soll ich das jetzt hier drastellen ja wie wenn da ein auto hier rüber gefahren ist sieht das aus ja das ist aber das erzeugt der unser auto erzeugt die die graufolgen denkt ihr hahaha kommt ihr ja das sind schöne zu tun vorallt ihr kommt ja vorbeigehackt wie die war nie ist ja dann mal voll machen jetzt stehe ich auf deiner seite ich hab was sagen für dich einmal so gemacht ja nimm einfach den kompletten rucksack das ist alles drin müsste alles drin sein hast du die pistole mitgenommen josef doch ja doch ja so eine cantina das noch mein gebot dein helm liegt auch noch ihr seid den besten ist dabei also bissel finde ich mein kursack schon cooler als euren warst du trieb mal in in der fresserei und so ich war ja gar nicht wir hatten wir schon vor der scrap metal eingepackt josef 1 hier ich habe jetzt wenn man an die beauty kurs hat ja noch mal dingsbums josef was hast du eine pistole ne da habe ich den revolver jetzt sind wir hier den einschuss noch im auto den habe ich gerade hingeschmissen schmeiße jetzt hier so hin das kann man ein bisschen sortieren was machst du ja das licht näher irgendwo krauchts gewaltig es schnarcht ne ich weiß was er kommt es ist ein dicker oder ah ne in der nackstelle da drüben auf der straße ist er soll ich die schuss jetzt nehmen ach so ist euch ich du mal nicht ähm hat noch jemand meine restlichen 9 mm schuss mitgenommen da war nichts mehr ich habe alles ich habe damit echt mitgenommen wie es da war ja dann ist das doch alles bei dem dicken verballert ja wahrscheinlich warte 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 kommt drauf das stört noch nicht ne macht doch nicht so steht auf dem auto was macht denn hier was macht denn das auto hat selber alles gemacht ich habe nichts gemacht ja das hängt ja wieder wie alter ich habe auch noch mal viel der josef ist tot oder bist du tot ja du hast mich gefahren bist du richtig tot nein ich habe gar nichts gemacht ja richtig tot ich muss jetzt respawnen was hatte der josef schon wieder alles dabei in den hatte ich den hatte ich noch einstecken ja den hatte der dicke gehabt den wollte ich als trophäe mitnehmen naja dann tue ich erstmal meinen rucksack tut mir hier das benzin vielleicht nicht fünf flaschen sei dann vielleicht ein bisschen viel warte warte lass ich nehme josef aus ich kann alles in seinen rucksack ich nehme josef aus wir kommen ja hier gar nicht zum spiel ständig stirbt irgendjemand anders ja echt was machen wir schon eine aktion jetzt ja alles ja mich hast du aber auch getroffen ja ich habe ja gedacht das ist eine kleine weide tot das auto das hat es einfach nur rumgespult ohne ende ich habe es gesehen es lag ja auf einmal auf der seite und ist wieder aufgesprungen ich habe schon gedacht ihr wolltet euch umbringen weil ihr dann hinterm auto standet auf einmal ich wollte einfach gucken was passiert und auf einmal stand ja der zombie auf dem auto drauf ja genau und einmal so hinten runter gesprungen ach so sind die deine niemand josef seine taschenlampe noch die ist jetzt deine bei josef ich habe noch deine gehabt und der josef hat ja dieselbe dann du josef jetzt musst du rausfinden wo du bist und dann ich bin in so einer kleinen hafenstadt ach so brightmore shore ja da steht da das quad das quad wirst du deine hosen noch josef deine deine schuhe meine ich deine schuhe die schuhe ja also ja die habe ich nicht mitgebracht ich habe ich gemacht wenn ich jetzt immer hier liegt noch eine pistole oder das sieht so aus ja und sie dass wenn da noch ein gewehr drauf hat ja ich habe mein aber gut wieder und alles leder wie geil ist das denn ja jetzt wird zur weit dunkel also ich muss sagen ich habe heute schon alleine mehr geschafft als wir zu dritt gespielt haben aber zu theoretisch nicht wieder so eine garage stand baut also mit so mit so mit so aus so einem podest jeder stirbt nur weil man so wenig platz drin drunter hat außerdem können die so oder so die ins auto weg springen wenn sie einfach molotov cocktail aufwirft so einfach geht ja das haus nieder auch wenn es mit metall verstärkt ist ich habe alles ordentlich mit metall verstärkt das lasse ich mir dass das hier bloß holz ist so ist es nicht wirklich kann man so schön kann so in et me das nehme ich mit ach so meine hat meine trinkflaschen jemand mitgenommen ja im auto wo das auch was zu essen drauf ich kann eine nehmen das ist zu schwer welchen josef seine ganzen komischen sachen mit habe einheitlich hat er eigentlich zwei gehabt was also ich habe noch zwei aber dachte die habe ich aus dem zelt ich habe es jetzt schon mitgenommen das ist ein bini heißt das ich habe jetzt wieder rex habe ich an josef ausgenommen wie gesagt zu hause haben wir viele da liegen sie auch gut die brauche ich ja da aber für seile das sind ja machen wir den tod ja was hast du für eine waffe meine pistole und josef seine kalaschnikow ich habe noch ein revolver ich habe noch 16 16 schuss 9 mm ein revolver habe ich auch noch aber schön ruhe wie gesagt für uns mit meiner 9 mm habe ich es irgendwie geschafft bist du soweit jo yes da unten kommt jetzt ein ich habe eine schede so noch einmal geballert hast ne alter geil was hat der ist ein silberknoben hat er dabei geil das hat sich gelohnt ich habe gerade eine ganz schöne blutlauch den kann ich nicht mitnehmen kannst du den mitnehmen ich bin ja zu schwer alter wie geil ist das haben wir den machen aufstellen aufstellen papa da und meine tanke oder was machst du ach so bock 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 zack zock zack bock der ist nach oben weg geflogen gerade machen wir öl ähm ich glaube da haben wir zu hause noch ein bisschen was ne da haben wir zu hause noch ein bisschen was ja da hatte ich glaube ich an meinem blog ist noch relativ viel wenn mich nicht alles täuscht scheiße hier gibt es nichts das heißt hier war jemand hier ist öl brauchen wir öl ja nehmen wir unbedingt nimmt es bringt ja nie welches mit das sind noch zeitschriften hier gibt es noch nicht das ist ein bisschen mysteriös ach doch hier ist ein energy drink und haben wir yes geil das hat sich gelohnt wenn man ein headband deiner kannst du zerreißen ist benzin also diese entschuldigung warum hat der josef eigentlich schuhe dabei was weil ich stiefel an habe und falls ich mal die schuhe anziehen muss weil ich fein weg gehe oder so habe ich immer vorsichtshalber mit ah ok ok kann man das da ständig nicht tragen kann sechs paar schuhe dabei ein dicker ein dicker ein dicker ein dicker braucht jemand einen motorradhelm ach der hat mich das letzte mal umgebracht hier da bin ich das letzte mal tot machen nicht tot machen ja rechts rechts hier warte den machst du erstmal mit der axt irgendwo ist denn hier nach welcher am rand haben wir sind kapten ja das boot der hat richtige steine dabei warte warte habe ich gesagt oh mein magazin ist leer meinst du da scheiße der hätte ich nicht durch vorne nochmal nachgucken können scheiße spring über die balisade haben wir einen cawing cable kack verkackte warum habe ich nicht so viel munition verballert ich habe auf unser 16 schuss gehabt das war jetzt was macht denn der der legt sich zurück und dann wollte er dich beschmeißen ne hat ein bier dabei wenigstens theoretisch so viel schuss könnte er doch gar nicht mehr vertragen das ist eigentlich noch dreimal den rückengeschoss mit dem josef seinem revolver warum macht er meine magazin alle mach ich jetzt auch ich bin eigentlich hierher jetzt kommt er wieder oooooh ja gut oh einer ich weiße einen zu viel war das schreit irgendwo kommt ja ich sehe es aber nicht hier ja achso da ist noch einer ja da war ich auch etwas erschrocken grad den hab ich geschossen das hat er jetzt wenigstens was cooles dabei gehabt hier der dicke ne super bitte bübeln maschrum so da müssen wir auch den josef holen und auch mal nach hause weil wie gesagt ich hab keine munition mehr wenn jetzt hier irgendwas passiert ne ja los geht's jetzt hier auf so einer kleinen straße und so eine kleine brücke über so einen seitenfluss eben in dem hier hat es mich garantiert gleich wieder raus ey ich weiß es genau garantiert jetzt hier wo der zombie kommt welches ist es für so durch right more shore ganz rechts ganz rechts ganz rechts kann der nicht gucken ne ja selber dran schalten muss halt einmal gucken das ist kill anseitig werde gesperrt einfach so ein zombie tot gemacht super aber ich kommst du vor uns eigentlich drauf dass man wieder zelte aufbauen kann weil ich es aufgebaut habe und dann stand dort ein äh zu close to another plot sein und das habe ich ja immer bloß bei euch probiert also einmal bei dir da oben und dann wollte ich es beim josef unten probieren ob es überhaupt da noch irgendwo hingeht und bei mir halt nicht weil bei mir bauen wir ja eher ja kann es sein dass hier die wei ah ich bleibe ich wollte ende ganz viele palizont bist du schon klar ich weiß wo du bist ja du musst genau in der anderen richtigen ooooh super oder nach rechts von brightmore schon gelaufen auf der straße genau auch ein dicker dann kann man nicht durchlaufen doch ich hätte noch sieben ach doch ja ich bin da auf der straße stammt da gibt es aber zu viele dicken ah das stimmt ne die selten mehr verstreu ich glaube ich ja letzte woche auch schon bemängelt dass der US-Fields gegen da muss man machen nein die einen die ich noch habe mhmhmhmh mhmhmhm hab ich doch wo ist das völkamer da habt ihr hoffentlich meine vollen Schlagchen mitgenommen oh oh das netze alles gut oder so mehr kleben also auf jeden fall ist der josef gerade nicht gestorben noch mal ich bin nicht eine leere glasflasche kann ich gar nicht da kannst du nur ein molotov wird ausbauen aus dem öl rubbing alkohol im weg und eine flasche da haben wir es schon wieder das licht da liegt dort hopfen wieder malz oder wie das heißt hopfen und malz gott sein hals so heißt das aber schießt den ab alter was machst du es daneben gefahren ich will den jetzt jetzt bringen sie auf muss dazu hin ganz oben ist das gemacht steigst du mit hinten auf das ist eigentlich geil also ich kann mich da nicht wie so bergarbeiter siehst du mitnehmen ja was du bist gestiegen was denkst du der nächste vom auto runtergefallen schenskimmer mal nach hause und so im prinzipiell wäre es ja mal nicht verkehrt wenn wir wieder irgendwann mal auf das munition ja aber wir haben jetzt so gut warum habe ich so wenig so wenig lebendigkeit das lädt sich ja gerade wieder auf aber ich war gerade bei 38 das ist doch ich vom fahrenden auto gesprungen bin also als du noch ein bisschen gerollt hast bestimmt ja ich bin schon mal gestorben wo es noch nicht ganz aus war das hat sich gar nicht bewegt aber trotzdem bin ich gestorben was ist denn einer raus zwei raus egal achtung ich fahre da vorne den zombie um nicht vor das auto gehen bitte der ist nicht durchgegangen aber ich blüte oder was kann mich mal jemand bandagieren warte mal machst du josef ja danke dank mir einmal land wir laufen viele waffen aber ich glaube alles ohne munition das heißt hier war gerade jemand wo ich da immer meinen rucksack ddmk 18 ddmk 18 haben wir auch ne was geht die ddmk 18 die braucht 5,56 semi-automatik irgendwas ne ich glaube nicht so warte mal josef hier mal her das ist nichts für dich das ist äh jetzt kommt der postmann oder was kann mal jemand auf mich aufrufen ja bei mir war gerade vor uns der postmann aber sei vorsichtig wenn es der dhl ist ich stehe beim auto falls dhl ist erstmal polizei anrufen die werden doch gedingst wenn man von der dhl paket pakete bekommt die nicht äh die nicht wo man nicht weiß woher die kommen soll man sie nicht aufmachen weil es bomben sein könnten solche spaß haben sie doch rausgefunden dass hier das mit potsdam mit dem weihnachtsmarkt dass anna das dhl erpresst wird was das ist so die fordern ja irgendwie paar millionen von dhl ansonsten verschicken sie noch mehr paketchen pakete mit irgendwelchen bomben äh josef du hast nur einen großen rucksack ach so gut hier hat Anna die idioten die klingeln dann immer gleich woanders ich lass doch niemanden zur tür rein wenn ich nicht gehört hab wer da ist ja eben das ist das ist ja auch in der zeit wo ich das headset abnehmen vor zur türlauf und türsauer drück haben die schon längst wieder woanders geklingelt das ist da man fragt sich manchmal also ich bin wieder da falls wo seid ihr? ich bin vorne bei dem ersten bei dem er bei der ersten bei dem ersten häusel was halt hier aus ach ja ich seh's ich seh dich josef willst du mitfahren oder läufst du denn vor? komm hier sind ja jagdgebärne brauchen wir nicht wenn das eins mit 223er munition ist dann brauchen wir das was? also wo es 223er reingeht weil das ist das glaube ich was wir noch verloren haben weil es noch nicht wieder da ist davon haben wir aber 500.000 schuss mit hunting rifle 85 ist das ist das dann die? hunting rifle ne ne das ist die andere die 308er munition ne ich hab's ja gerade mit ne der hunting rifle ist die braun also so braun man hat sich so ein holzgriff ja dann ist es die die wir haben so ein holz gut was für munition brauchen wir? munition munition brauchen wir alle ja ich hab zu ja munition nehmen wir alles 25 habe ich was? 25 habe ich normale 22er ja dafür haben wir eine waffe die nehme ich immer zum wölfe abschießen da habe ich auch die waffe dazu das meine ich achso wasteland 22 quasi oder die pistole der mk2 ach du scheiße genau jetzt habe ich hier eine granate geworfen hast du dich gerade in die luft gesprengt? das war eine rauchgranate ne hier ist ein zombie ich wollte aber ich wollte meine hatchet nehmen alter du hast gerade voll dich in die luft gesprengt das ist bloß eine rauchgranate achtung achso aber trotzdem du bist vielleicht übelst in die luft gesprungen bin dabei weil ich äh auf der rampe hochgelaufen bin und von über die rampe gesprungen bin achtung da sind zwei ja sani ja achtung ich komme hinter dir vorbeigefahren ich nehme den hinteren gut ja hier liegt noch ein bein rubbing alkohol in der hütte war auch nichts drin also nix bloß noch bissl alter jetzt will ich hier wieder zweimal benzin was so die close ach josef schau mal noch deine deine schuhe alter hinten sind ist ein groß und zwei normale keine tiefe oder? hast du jetzt eigentlich gemacht josef? ich bin in der zweiten hütte ich bin in der zweiten hütte alter ein police t-shirt geil geil war toll ich hätte vor uns das police cabbie jetzt wird es aber dunkel hoppsa jetzt bist du? ich habe gedacht ich habe die taschenlampe aber hatte ich doch nicht wo müssen wir dich holen? okay wo bist du? 10 mm schuss 10 mm? das hattest du doch das kotzt einen an ja toll hättest du mal das quad mitbringen können dann hat der josef mal jetzt hier runter springen können ja das ist sehr nett zusammenbaubar gewesen äh wo ist der josef eigentlich? auf die schnelle der ist noch weiter hin ach klar da war auch nichts drinnen nein der hütte ne also 10 mm schuss 3 stück hab ich mitgebracht äh 9 mm schuss 9 mm schuss hier ist ein storage guide aber das können wir alle ne? ja das können wir alle glaube ich ah hier ist doch neue riddle ah hier ist noch ein zweites rad ah da kann ich nochmal mit aber eins passt noch ins auto ne? ja habe ich gott haben wir noch diesel da vorne war noch ne da sind noch zwei im auto der ist auch voll ja vor uns bei 99% gedankt weil ich weil ich so viel benzin hatte Achtung ich komme gefahren war hinter ihnen langen Achtung bleibt sich den also ich habe noch shotgun shotgun könntest du mal wieder shotgun haben wir auch noch haufenweise zuhause ne? das haben wir wohl zu über 40 schuss kannst du mal wieder benutzen 42 schuss ja die müssten wir dann mal hier zur jagd mitnehmen das wäre eigentlich das richtige für den josef fahr da vorne den dach schon um guten tag hier sind noch mal zwei räder da dann können wir schon mal das quatt die räder zusammenbauen ich habe noch alles ein rad santi du hast ein rad josef ja das ist bestimmt noch da hast du noch ein rad so dabei ach warte mal ne ich habe glaube ich drei ich habe eins und sind ach ne ist eins im auto josef kannst du noch eins mitnehmen da unten liegt noch eins ist nichts mehr frei dann hau mal die sandsäcke raus die zwei einzelnen na gut und dann brauchen wir eine batterie hast du die die zündkerzen mitgenommen hier war jemand hier sind schuhe unten dort ist denn jetzt noch einmal platz im auto dann würde ich da eventuell noch ein rad mit rein tun also meint das rad was ich habe hunting boots will jemand hunting boots habe ich aber warte mal da liegen ja zwei räder ne dann kann ich noch einmal das hier größer craften hier liegt noch ein rad ja wir brauchen zwei stück noch und hier liegt noch eins kommt doch dann mal runter gefahren ja eben also drei stück noch da müssen zwei liegen da habe ich zwei gesehen eins tue ich jetzt zu einem drei meter stack hattet ihr nicht haufenweise räder dabei gehabt alle hä willst du das nicht für squad aus der bahn ja genau jetzt haben wir ja vier stück warum tust du die dann zu einem stack zusammen ach quatsch ne warte halt mal jetzt ja ne ich muss ja die karte erstmal ausmachen dort einpacken so ich hab das ich hab das ja ich hab das rad noch alter wie hängt der jetzt nach hause hängt der bei euch auch so geil da hier hängt niemand der ist bestimmt bei dir aus dem auto gefallen grad bei mir liegt er jetzt irgendwo da oben auf der straße alter warte mal warte mal ich muss erstmal ein screenshot machen ne ne durch ne ich hoffe mir das hat sie jetzt so gemacht ah clip clip ja screenshot gespeichert mach das licht an bis du an dir vorbeifährst alter was die hier alles vertrautet haben ALT jetzt ist er verreckt weil du gehubt hast licht an und hu huben geht nicht gleichzeitig wird welcher der der ist was ist wie und